Musik Lassen Sie uns heute einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Medizin machen. London 1928, St. Marys Krankenhaus. Hier arbeitet der junge Mediziner Alexander Flemming. Er untersucht Bakterienkulturen. Er legt in seinem Labor Bakterien in eine Nährlösung. Dort sollen sie wachsen. Wie das im Labor so manches Mal passiert, gerät auch bei ihm eines Tages zufälligerweise ein fremder Schimmelpilz in seine Bakterienkultur. Normalerweise werfen Wissenschaftler solche scheinbar verdorbenen Kulturen weg. Doch Alexander Flemming sieht genauer hin und wundert sich. Rund um den fremden Pilz sind die Bakterien verschwunden. Er hat offenbar eine Substanz abgesondert, die die Bakterien abgetötet hat. Der Beweis ein runder Kreis in der Schale. Flemming gewinnt aus dem Schimmel eine Brühe und kann damit tatsächlich vielen Bakterien den Garaus machen. Er hat das erste Antibiotikum der Welt entdeckt, Penicillin. Es rettet bis heute Millionen von kranken Menschen das Leben. Ein paar Pilzsporen zufällig ins Labor geweht, führen zu einer der folgenreichsten Entdeckungen in der Medizin und zum ersten großen Sieg über Bakterien.